Einen herzlichen Gruß aus Köln an diesem 13. Dezember 2020, dem dritten Adventssonntag. Freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Noch einmal sage ich, freut euch, denn der Herr ist nahe. Das steht über diesem Sonntag und deshalb hat dieser Sonntag auch den Namen Gaudete. Das Messgewand an diesem Sonntag ist nicht violett, sondern ein etwas aufgehelltes Violett, ein rosa. Mir persönlich gefällt das nicht so gut, aber es soll eben zeigen, wir sind in der Vorfreude auf das kommende Weihnachtsfest. Freut euch, denn der Herr ist nahe. Hier wird uns die Quelle der Freude angegeben, nicht die äußeren Umstände, die mal heller und mal dunkler sind. Und da gibt es vielleicht Zustände, die einen nicht sehr zur Freude einladen. Aber die Nähe des Herrn, sie führt uns zur Freude, denn er ist bei uns und er lässt uns nicht fallen. Und er ist gekommen, um bei uns zu bleiben, uns an die Hand zu nehmen und zu ihm zu führen. Auf ihn dürfen wir vertrauen. Das ist Grund zur Freude.